hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge schermuderei wir sind immer noch wir nehmen auf jeden fall immer noch den falschen ausgang was ist überhaupt und ich muss kurz nachschlagen wir müssen jetzt auf jeden fall hier den holzfäller steinmetz bisschen beruhigen das probieren wir als erstes ansonsten besuchen wir stehen nur bei den drei quellen ja das anderes fällt mir jetzt auch nicht einig wie sitzt mein herz gerade nicht so ist das manchmal so als erstes wenn wir noch mal zum einsiedler dorf gehen und auch mal an der tür klopfen vielleicht können wir ihn ja beruhigt panda market dann war das hier lang da war das hier lang gucken wir mal auf ihn vielleicht beruhigen können ja das wissen wir das ist ja das ist ja und ich bin einfach auf also ich bin ja was ich bin also es ist das ist ich bin aber ich bin das gleiche noch mal mein ohring piekt mir in mein hinteres ohr in mein kopf unter den kopfhörern kann man hier eigentlich auch man könnte vielleicht beten oder so um seine energie wieder aufzufüllen aber es scheint nicht der fall zu sein das huhnrennt auch hier die ganze zeit vor mir her so eine blume die man einsammeln kann es sah so aus wobei eben noch mal hier dran drehen weil der kleine braucht ihr mann aus sein alle haken silberwahl glaube ich aber der falsche also ganz ehrlich gleichzeitig leer man knete übrigens auch zweimal machen wir das jetzt noch ich komme einmal noch es gibt es doch zum kotzen so müssen wir auf jeden fall wieder an dem sonnenblumenfeld vorbei so da war das hier lang stopp da ist eine blume die ich einsammeln kann das sind jetzt die drei quellen gesehen habe sie nirgendwo die gute schenwa jetzt etwa romantisch man weiß es nicht also sitzt an einem baum schläft sie ist tot sie denken nach so okay okay hier was hier 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 Ich glaube, es ist ein Mensch. Ich weiß nicht wie ein Mensch, was ich. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Ich kann mich überraschern. Ich bin nicht so sicher. Ryo. sie war mangan gitter mann ganz über die früge kann alle hotel hier war eine hohe modorte so rosa kielte ok jetzt haben wir auch erfahren dass wir hier was über unseren fahrt erfahren können der wir aus dem ersten teil wird von diesem land die getötet worden ist und ja ist schon mal gut da kommen wir auf jeden fall schon mal schritt weiter hoffe ich hinterm glockentum ich glaube ich weiß welchen tempel sie meint da waren wir vorhin schon mal aus versehen müsste hinterher recht sein das ist aber nicht die richtung man kann sie und steht auch ein mönch mit dem müssen wir uns unterhalten es ist Oh! Das war schon seit 20 Jahren vor dem Zeitpunkt. Ein junger Junge aus Japan kam aus Japan, die mit meinen Freunden zusammengebracht haben. Das ist das. Oh, es war auch dieser Mann. Der Junge von Iwao war sehr gut mit diesem Mann. Der Name ist, glaube ich, Tch. Sohmei. Die beiden haben, wie es das Ende war, wissen Sie? Was ist das? Das war, dass ich plötzlich nicht in der Kirche gekommen bin. Was war überhaupt nicht? Ich habe auch nicht gesehen, dass ich nicht in der Kirche gesehen habe. Was ist das, was ich weiß? Ah, so. Ich habe noch immer noch die Ema. Ema? Was ist das? Mal schauen. Bitte. In diesem Zimmer gibt es die Geschichte der Kirche. Bitte, bitte. Ja. Sollte ich mir ansehen? Und was? Die Schubladen oder was sollen wir uns ansehen? Ich weiß nicht genau, was wir finden sollen. Sie lebt auf jeden Fall. Diese Schubladen sind klein. Das ist ein Schubladen. Das ist ein Schubladen. Es gibt auch Kinder. Genacaksch. Ja, мама. Weib Plateaurus 18... ... ... ... Wahnsinn... chart's ... Ja, wir müssen ja jetzt Reihe für Reihe durchgehen, weil ich einfach gar nicht weiß, wonach wir suchen oder das sollte ich mir mal näher ansehen, ja, den Raum oder uns doch was Bestimmtes, hier sind nur Flöten drin, ähm, ich kann es euch ganz ehrlich nicht sagen. Riesenvase. Wir arbeiten uns von unten nach oben, wieder zurück, ähm, auch nur Flöten drin. Ich finde, es sieht ziemlich interessant aus, auch wenn ich nicht weiß, was es darstellen soll. Mh, ist auch noch ein Brettspiel drin. Mh, da war schon mal nix. Selbst die Musik hört schon auf. Fächer. Oder soll man für ein Bild finden? Das guckt er sich ja gar nicht an. Vielleicht steht da was Interessantes drin, was uns weiterhelfen könnte. Das ist es, ja. Ach, das ist... Auch nichts. Ich hab schon gedacht, das ist es. Es ist es anscheinend auch nicht. Na, glücklich sehen die jetzt aber nicht aus. Okay. Da haben wir jetzt jetzt hier weitergehen, ich weiß gar nicht, welche Schublade wir hier schon offen hatten. Oh, das ist... Das ist ein... Das ist ein Saturn. Ich habe soeben ein Easter Egg gefunden, was sie hier im Dorf braucht, ohne Stroh. Oh, Entschuldigung. Das finde ich super. Hier gibt es so eine Annahme. Die Welt ist auch groß. Mh-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm. Da sind es nicht mehr sechs Einzelschublade, sondern nur drei große. ganz ehrlich es nicht verschreiben der allerersten schubladen ist das aber wenn du römer da ist aber mehr arm oder nicht genau da waren die beiden bilder dran ich glaube die hatten wir schon es scheint einfach zu sein ist wahrscheinlich hier in den letzten ersten schub waren direkt oder so nein in der ersten schubladen ist auch nicht geht es um die fotos worum geht es wir haben hier noch mehr bilder es ist die quenne es ist die stadt glaube ich was hat er gerade gesagt was für eine verschwitzte art aber nicht mein typ geschützt ich weiß es aber es tut mir so leid dass wir jetzt hier rumhampeln ich glaube wir haben es gefunden also nicht immer hier ist eine fotografie eine zeichnung das ist für eine zeichnung Ja, das wirst du sicher auch gerne machen. Okay. Ich kann es ihnen nicht schuldigen. Eine Bilder, Wunschung. Ich will dir, dass ihr ihr, für dich. Bitte Sie sich nicht. Danke, ich werde immer wieder aus dem Wunsch. Das ist das, Wunschung. Das ist ein Wunschung. Ich konnte jetzt nicht wirklich um und unten lesen. Ema, ja, das ist ein Ema, okay. Ich kann dir einen Schenwa-Haus. 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 Es war klein geworden, das Foto. Das ist ein Blatt. Es war zwei Jahre. Es war ein Jahr der Blatt. Es war ein Kind. 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 Es ist ein Kind. Es ist weiß, dass Leute mit dem Hund wissen. Es ist ein Kind. Es ist eine gute Frau. Es ist eine Frau von beenden. Das ist eine Frau von dem shinantien. wo wir näher gekommen sind und so eine halbe tüchte ich jeden ganz besser die animation angucken weil das laden nach dem abbrechen überspringen doch genau so lange okay nicht so wir speichern mal wieder ich hoffe es hat ein wenig spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste mal bis dahin beziehungsweise nein wir waren ja noch mal kurz es könnte was interessantes am aufstehen passieren nächster tag 7 uhr 27 märz 1987 freitag nein das ist nichts passiert also bis dahin euer anta ciao ciao